Moin moin und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Star Citizen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und ihr seht es, wir sind in unserem Schiff wieder gespawnt. Sowas muss einfach jedes Mal funktionieren, das ist perfekt. Wir werden jetzt mal schauen, was wir heute so schönes anstellen. Gucken wir erstmal aus dem Fenster. Und es ist hell geworden. Sehr, sehr schön. Gut, wir ziehen uns an. Wir ziehen uns an. Wir nehmen die Rüstung. Was nehmen wir denn heute? Unsere Standardrüstung? Oder gehen wir ein bisschen in der Rot? Nö, wir ziehen die Standardrüstung an. Wo ist unser Rucksack? Wo ist unser Helm? So. Was nehmen wir mit? Genau, wir wüssten die Dinger aus. Nützliches nehmen wir mit. Was nehmen wir mit? Das nehmen wir mit. Was ist das? Munition ist nicht gespeichert. Okay. Kein Problem. So, wir sind quasi wieder ausgerüstet. So muss es sein. Na, nein. 4.000 Credits. Ich will mal gucken, ob das Multitool bereit ist. Ja. Das ist auch bereit. Okay. Was machen wir? Wir machen heute, ich würde sagen, nochmal eine Delivery. Und nehmen wir ein bisschen mehr mit heute. Mal ein bisschen mehr Cargo. 3.000, 9.000, 12.000. Guck mal, das sind schon 4 Pakete, die wir da mitnehmen. 12.000 plus. Natürlich. Den Loot. Können wir ja eigentlich mal machen, ne? 12.000 mit Loot. 15.000, das sind 5 Pakete. So, wir müssen von Calliope. Calliope, 2 Stück da. Nochmal Calliope. Und das muss alles nach... Microtech. Das muss dann nach Clio. Das heißt, wir fliegen erst nach Calliope. Holen die drei Sachen ab. Dann fliegen wir nach Microtech, bringen die Sachen weg. Fliegen, bleiben auf Microtech. Und fliegen zum Schluss nach Clio, würde ich sagen. So machen wir's. Sehr, sehr gut. Und wenn wir das dann fertig haben, gehen wir mal den ganzen Loot-Kram verkaufen. Und dann haben wir, glaube ich, richtig Kohle verdient wieder. Guckt es euch an. Ist das nicht schön? Ist das nicht einfach schön hier? Na, super gemacht. Ach, das sieht einfach absolut mega aus. So, dann machen wir die Butze mal an. Äh, hier. Alles fährt hoch. Hilde sind... Jetzt wieder aktiv. Gut. Aber jetzt, äh, Triebwerke sind unten. Können nicht starten. Weil... Jetzt, komm mal starten. Ach, herrlich. Das sieht richtig schön aus. Richtig schön. Okay. 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 Meine Güte. Ja, ja. Das können sie. Also Optik ist schon wirklich gut. Und performant ist es auch gerade im Moment. So muss es sein. So, wir setzen mal einen Kurs nach Alliope. So, hier müssen wir nämlich gefühlt 80.000 Pakete abholen. Okay, da oben ist es. So. Mal quasi direkt gleich hinspringen, wenn wir die Atmosphäre verlassen haben. Ne, elf Kilometer jetzt ist es. Na, noch nicht ganz. Jetzt. Und action. Und da ist er schon. Der Mond. So, wir müssen da unten hin. Da haben wir ja drei Stück. So mag ich das, ne? Wenn die an einem Ort sind. Und lasst mich raten, es wird wieder dunkel sein. Natürlich. Ja, könnte aber gerade die Sonne aufgehen, mehr oder weniger. Ja, weniger als mehr. Aber immerhin. Ich ziehe den Afterburner rein, prügeln. Scheiß auf Spritverbrauch. Noch mal ein Schluck trinken zwischendurch. Da ist auf jeden Fall noch ein Schiff. Was haben wir denn da? Wir haben eine Origin und eine Valkyrie. Okay. Die sind wahrscheinlich am Einkaufen. Mal Licht anmachen. Okay. 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 dann steht da irgendwie so zwischendrin hier ist die welke auch ein schönes schiff sind zu billig wo ist die dastehen wir landen hier zwischendrin ja perfekt wieder aus und dann gucken wir mal eine waffenpreis ohne hier kann uns also nicht so viel passieren und dann holen wir mal die fracht an bord ne und looten nicht vergessen guck mal hier rein so irgendwelche kisten zum looten ist man nix drin war was kaufen was uns interessiert agritium beryl grund und quark abfall ja könnten wir ja eigentlich mal was mitnehmen sind beryl 2000 einheiten pro wenn man nur eine kaufen weil wir nicht genug geld haben war jeder nehmen was anderes rundum quark könnten wir mitnehmen tankst und könnten wir mitnehmen akritium wie kann man damit nehmen auch nur eine quark kann man hier mitnehmen kommen wir kaufen quark dann gehen wir nachher loggen wir uns seine new babbage aus kaufen was da okay aber hier ist kein paket keine kiste dass wir gehen rüber aber so ist der fracht an wenigstens voll und wir fliegen nicht leer immer immer schauen dass sie irgendwie gewinn macht auf euren reisen das wird später umso wichtiger entschuldigung aber ich glaube dein schiff hat irgendwie schluck auf das wird später immer wichtiger vor allen dingen wenn die treibstoffreise erhöht werden wenn wir in systemen sind wo wir lange flugwege haben um die flugkosten zu decken so was haben wir hier ja lalala multitol mein lieblingsgetränk zum heilen das nehmen wir noch mit okay so dann gucken wir hier rein nö so gucken wir hier rein multitool leuchtstäbchen aufsätze trinken schuhe relevant so da ist ein paket dahinten ist noch ein paket gucken wir erstmal noch hier rein hier nehmen wir das schon mal mit na komm er macht ganz schön zappern oder ganz schön windig hier 106 grad minus alles klar nee das soll bitte anständig hier platziert werden kollege ich muss hier noch ein bisschen was mehr hinpacken hör doch mal auf zu wackeln was ist mit dir naja wird schon gehen das sieht so scheiße aus ehrlich haben wir flitzen noch mal eben hier rein gucken ob hier was interessantes noch drin ist rote kisten der matri leuchtstäbchen das nehmen wir mit das nehmen wir mit das nehmen wir mit so noch eine graue kiste yes 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 da ist eine rote kiste graue multitool aufsatz trinken ich glaube da kommt ein schiff oder ein sturm oder beides was ist mit dir das sieht wirklich nicht gut aus nee wir haben einen sturm boah hier scheint noch ein paket drin zu sein da waren wir doch eben oder nicht so verballert da scheint auch noch ein paket drin zu sein okay waren das drei stück hier guck mal da habe ich mich wieder vertan naja tatsächlich na gut dann ist das so bei der auch oder schmeißen es einfach mir wo die küser so dann haben wir da noch eins wo ist es hier drin so ist es denn da direkt die vorne sehr gut da muss man wieder zur notunterkunft liegen gleich auf microtech da waren wir schon mal ganz am anfang glaube in der ersten folge in der zweiten folge waren wir da mein gott lebensgefährlich lebensgefährlich ich sage euch was das ein wetter 112 grad minus junge 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 da nur eine minute überleben so platzieren ja dann nehmen wir noch die ware mit an bord fahrzeug standort das fahrzeug leer hä wir hatten noch hier ganz viel feuchten oder ach krass auch nichts alles drüber kann sagen ich wollte gerade sagen wir sind schon bei 21 prozent pack es rüber es ist zwar ein bisschen am rommocken hier heute 26 prozent warum der sowas nicht steckt es ist mir wirklich ein rät ja wird zeit dass wir mal ein bisschen zeuglos werden er wird ein bisschen folge an bord so gucke mal eben rein angenommen so wir haben die pakete alle die müssen alle genau das muss noch microtech 25 mussten nach sm 10 und die 96 muss zur dahin die 59 muss nach müssen alle nach microtech alle nach micro gut dann heben wir ab setzen ein kurs auf microtech bringen die pakete weg fliegen dann nach clio bringen das paket weg liegen dann nach new babbage verkaufen die fracht verkaufen den inhalt unseres schiffes beziehungsweise das könnten wir auf dem spaceport machen da haben wir ja alles beisammen wird also heute eine etwas längere folge aber so lohnt es sich wenigstens 12.000 für die pakete bloß ich keine ahnung 30.000 für das zeug was wir an bord haben ja das lohnt sich da kommt auch richtig was zusammen und fangen wir einfach mal da an in der hoffnung dass es hell bleibt jawohl ich liebe es tagsüber zu landen ja ich bin gespannt ob mal eine nacht nicht kommt auf irgendeine art und weise oder wie sie sich das vorstellen meinen wir sind hier weiß ich 2953 oder so das sollte doch wohl kein problem sein ein raumschiff mit einer nachtlichtfunktion auszustatten oder zumindest eine höhenangabe die über grund funktioniert und nicht über null weil die ihr habt bis über null was natürlich im bergischen gebiet etwas problematisch sein könnte und vor allen dingen ja das kann ja nicht so schwer sein einfach mal eine vernünftige nachtlicht zu etablieren dass wir nicht immer auf den ping zugreifen müssen beziehungsweise dass wir auch ja dass wir einfach was sehen hier ist was ich meine so auch hier würde ich sagen gucken wir mal rein was es an loot gibt scheint so als wären wir hier alleine sehr schön so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Touchdown So, Paket 25 25 3, 8, 7, 4 Muss hier hin 25 25 3, 8, 7, 4 Das hier Paketboote im Burst Ja, ja Warum das nicht mit Drohnen gemacht wird Warum muss man da immer noch selber laufen Das weiß auch keiner so genau So, hier ist noch direkt eine rote Kiste Perfekt Wir wollen es ablegen So Das ist noch eine rote Kiste Sehr schön Da komm Nummer 1 Erledigt So Was haben wir hier Hübsch nehmen wir mit Macht es voll Können wir jetzt nichts kaufen Nehmen wir auch mit So Dann gehen wir mal direkt weiter Dann looten wir mal nicht So Das haben wir Da müssen wir hin Da müssen wir aufnehmen Da müssen wir ablegen Okay Dann als erstes Dahin Da müssen wir natürlich einen Orbitalflug machen Weil 300 Kilometer Über der Oberfläche Ist dann mir doch zu lang Dauert ja ewig Sau Wetter Dauert So, und Volga. Da wird der Posten immer kleiner und kleiner. Da haben wir ein Schiff, eine Sabre. Die fliegt wahrscheinlich auch zum Außenposten. Nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht beschossen werden hier von irgendwelchen Typis. So, da geht's hin. So, da geht's hin. Mal gleich einen Schluck trinken, wa? Schon mal 66%. Das geht doch recht schnell. Vor allen Dingen, wenn man Rüstung trägt. Bei der schweren Rüstung geht's sogar noch schneller mit Hunger und Durst. Klar, ist auch schwerer, muss er sich anstrengen, ne? Ist schon irgendwie realistisch. So, haben wir da unten vielleicht Kontakt? Ne, sieht nicht so aus. Es gibt keine größeren Schiffe. Und das wäre dann schon Paket Nummer 2. Da müssen wir noch eins abgeben, eins abholen. Und dann ist das auch schon erledigt. Ich glaube, ich habe die Ware im Außenposten vergessen. Kann das sein? Garantiert. Egal, dann bleibt die da. Könnt ihr ja über die App hier herausfinden. Da könnt ihr nachgucken. Wo ist was verteilt? Hier steht eine Cutlist. Aber das sollte kein Problem sein, weil auch das Waffenfreie Zonen sein sollte. Ist aber wohl nur die eine. So, Briebwerk aus. Was brauchen wir für ein Paket? Wir brauchen die 95 47 39. Also das hier. Das hat gar keinen Marker, aber. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann. Moin. Boah, ich bin jetzt auch so am schneiden, ey. Boah. Die Pass ist da. Ich habe ein Paket für euch. Kollege. packt ihr das mal hier rein kannst du dann später die dir abholen so hin mit dem ding erledigt hast du irgendwas hier was mich interessieren könnte lass uns mal schauen ja multi tools immer gut leuchtstäbchen auch recht gut trinken so aber ich glaube wir haben jetzt auf jeden fall genug essen trinken im schiff das wäre nur noch ausrüstung mitnehmen aufnehmen und abgeben was ist das ein so wetter ekelhaft ein schönes anders so dann nehmen wir das zeug auch mal direkt wieder mit sortieren ja richtig viel gedöns so triebwerke an da müssen wir jetzt hin also wieder hoch auf kilometer und dann den nächsten sprung voll führen so ich trinke mal schluck ja das dauert halt immer so ein bisschen dass man die gewisse höhe erreichen muss aber ist halt auch irgendwie realistisch dass du nicht direkt vom boden aus in quantum sprung gehen kannst würde mich mal interessieren ob es da irgendwie eine geschichte zu gehen gibt warum das so ist es dann den planeten zerreißen würde oder so oder ob das einfach nicht kommuniziert worden ist warum wieso weshalb kann ja sein dass es da irgendwie eine story zu gibt warum das nicht geht die notunterkunft clear view da ist keine waffenfreie zone da müssen ein bisschen gucken nicht dass uns da jemand an die karre pinkeln will auch hell jetzt haben wir aber glück jetzt haben wir aber glück das scheint mir auch irgendwie so ein zugefrorener säten sein hier glatte oberfläche könnte ja sein gibt ja auch ein fluss hier auf mich und weg und richtigen mit wasser fließend als richtig sie richtig schön ich kenne jetzt nur nicht den genauen weg weil ich kann man nicht anspringen da muss man so ein bisschen triangulieren aber wenn euch das interessiert schreibt es in die kommentare dann liegen wir da mal hin dann suche ich mal raus über dahin kommen es gibt ja diverse webseiten wo man solche sachen findet mit genauesten beschreibungen auch ganz geil ich muss sagen die community von star citizen ist schon eine ganz besondere was das engagement angeht was diese ganzen webseiten angeht handelsrouten planer und 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 was es nicht alles gibt und untergang war er öffnet immer der mobi glas wenn ich das screenshot mache ich muss dann mal den höher ändern aber raus mit voll triebwerke nach unten also wirklich ein see hier war das ist so eine klare angehütte oder sowas und hier ist der see dann schön kollisionswarnung quatsch meinst du nur ein bisschen schräg war oh ja besser so so und das letzte paket abgeben dann holen wir noch eins fliegen rüber nach klio bringen es weg fliegen zum spaceport verkaufen mal ein bisschen ausrüstung fliegen nach new babbage verkaufen unsere fracht und dann haben wir es geschafft so 96 11 31 96 11 31 wo muss es hin da muss es nicht hier steht auch was missionsrelevantes nehme jetzt nicht mit das auch andere spieler mal so drei von vier abgeschlossen sehr gut auch zur letzten tour dann mal feiern für heute überleg mal wie viel tausende kilometer das sind für vier päckchen die man hier zurücklegt was irgendwann wirklich so sein wird wenn wir die raumfahrt haben wie jedermann und dann wirklich so eine art kurier sein kann stimmt oder so standort ins fahrzeug rüber einmal sortieren 29 prozent fracht ist voll krass und das nur mit bei delivery mission nicht schlecht so triebwerk an also wieder elf kilometer nächster sprung so so ist es wohl da brauche ich mal einen transport nach höchsten allein zum bahnhof da frage ich mich immer was ist mit den spielern haben die ihr schiff verloren ist da vielleicht ware an bord dass sie es nicht claim wollen warum sonst sollte ich ein transport organisieren oder wollen die einen ausrauben auf dem flug dahin weil wir verlassen ja quasi die waffenfreie zone in quantum drive kannst du natürlich auch waffen ziehen und alles weiß man nicht weiß man nicht ist immer schwierig solche aufträge anzunehmen vor allen dingen wenn man zeug an bord hat was doch ein bisschen was wert ist da ist immer die gefahr dass man ausgeraubt wird ich weiß nicht wie seht ihr das würdet ihr solche aufträge an den quasi transport aufträgen von nein ich will dahin noch eine notunterkunft okay ich bin gespannt ob die auch an einem see ist oder so würdet ihr solche transport aufträge annehmen von spielern die ihr nicht kennt oder sagt ihr das risiko ist mir dann doch zu hoch dass die mich überfallen abknallen mein schiff klauen oder was weiß ich schreibt es mal in die kommentare also ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht tun wenn ich die leute nicht kenne oder mich nicht ein bisschen mit denen unterhalten habe und schon gar nicht wenn ich irgendwelche achten an bord habe wobei man die ja nicht verkaufen kann wenn einem das schiff nicht gehört momentan aber man kann auch das inventar zu greifen in unserem fall die ganze rüstung und alles rausklauen weil sie nicht schreibt mal rein wie ihr dazu steht ja so das ist das letzte paket das bringen wir dann nach clio und dann haben wir die mission auch schon abgeschlossen quasi absolut risikofrei mehr oder weniger an kommt ihr so ordentlich an kohle und ausrüstung sprich ihr müsstet eigentlich überhaupt nichts kaufen da ist ein schiff da ist eine 300i da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt nicht dass der uns auf den sack gehen will weil hier ist definitiv keine waffenfrei zone ich weiß nicht ob wir dies schon scannen können ich glaube da sind noch mehr schiffe scorpios noch eine scorpios eine 300i das wäre jetzt schlecht wenn wir beschossen werden wir können uns nämlich quasi nicht wehren wir schalten die schiffe mal nicht auf ich hoffe das sind freundliche spieler ist richtig was los so was risiko eingehen ja müssen wir ja müssen das paket der abholen naja schauen wir mal entweder werden jetzt beschossen abgeknallt dann sind wir tot endlich aber asi weil ich stelle ja nun wirklich keine bedrohung für niemanden da mit dem kleinen schiffchen hier oder die lassen uns in ruhe und wir können mal anhalten oder guckt euch das an ist das schön ist das mal schön kann natürlich sein dass hier auch irgendwie was an fracht gesucht wird was scheint niemand drin zu sein ist niemand niemand da komisch komisch wahrscheinlich auch box mission die frage ist was will man da mit einer scorpios hier weil hier keinen raum ihr kriegt also so ein paket gar nicht in die scorpios rein 300i ist kein problem egal welche variante aber die scorpios das könnte vergessen ist das nicht schön hier ist doch richtig nett aua oha das hätte mich auch töten können da müssen wir ein foto von machen und zack wieder mobiklas ja egal nichts desto trotz weg hier man weiß ja nie wo die leute sind warum die leute hier sind kann natürlich sein dass sie das als außenposten nutzen hier ausgelockt haben wobei die scorpios auch kein bett hat weil man kann sich hier quasi dann nicht ausloggen aber in der 300i geht's so dann müssen wir nach clio schön schön leo clio clio da haben wir hin setzt man kurz wo ist der marker da So, Reiseflugel. Dann sollten wir auf Port Tressler auf jeden Fall mal tanken, wo wir schon mal da sind. Macht Sinn. Und dann nach New Babbage. Momentan habe ich so das Problem, dass ich auf Städten, also Landezone auf dem Planeten, keinen Hangar-Marker bekomme. Mal gucken, ob das mittlerweile gefixt ist. Sonst müssen wir den auf den Hangar suchen oder irgendwo, wo auf dem ist, landen. Da müssen wir uns mal eine Strafe zahlen, aber... So, oder wir fliegen zu den Comments, da können wir auf dem Boden landen. Müsste trotzdem die Ware erkannt werden. Müssen wir mal ausprobieren, müssen wir mal schauen. Ist ein bisschen blöd momentan. Aber... Kriegen wir alles hin. Schade. Jetzt ist es dunkel. Die W archee... Sie sind ein bisschen zu sein. Müsste's. Sie sind ja nichts zu sein. Herz Ricker. Die ist Gott sei Dank relativ flach. Und wir sind allein. Die ist Gott sei Dank. Wir gucken hier auch nochmal ins Lager der Station. Vielleicht finden wir noch irgendwelche geile Ausrüstung, die was wert ist. Und dann verkaufen wir den ganzen Spaß. Da ist ja doch ein bisschen was zusammengekommen. Könnte vielleicht sogar schon für einen Rock reichen. Ist halt nur die Frage, ob es Sinn macht, den zu kaufen. Oder ob wir sagen, nee, wir leihen uns den und sparen das Geld lieber für ein Raumschiff, in dem wir das transportieren können. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So wie eine Cutlass oder eine Freelancer. Oder vielleicht auch eine Constellation. Auch das geht. Aber so viel Kohle haben wir noch lange nicht. Dass wir darüber nachdenken sollten, uns ein Raumschiff zu kaufen. So. Und rüttel, 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 Arbeit, Arbeit, zack, verkauft. Mission abgeschlossen. Und 12.000 Credits. Jawoll. Und loot. Loot, loot, loot. Was haben wir hier? Eine Hose. Nehmen wir. Danke. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist sonst nichts. Okay. Gehen wir nochmal da hingucken. Ich würde sagen, wir fliegen direkt nach New Babbage. Da müssten wir eigentlich in den Comments auch Ausrüstung kaufen und verkaufen können. Nö, das wäre ja... Wäre ja merkwürdig, wenn wir da nichts finden. So. Hier ist nothing. Da wieder was. Nehmen wir mit. Vielen Dank. Okay. Dann ab nach New Babbage. Verkaufen gehen den ganzen Kladderdütsch. Ich weiß gar nicht, was so ein Rohr kostet. Ich glaube 172.000. Ja. Okay. Mich hat jemand geschubbt. Ja. War richtig. Wir nehmen das alles mit rüber ins Fahrzeug. Dann nehmen wir den Helm ab und gönnen uns mal ein Getränk. Nimm ihn in die Hand. Los. Na komm, trink es aus. Ne, ihr seht, das Essen ist wieder bei 100. Trinken ist wieder bei 100. Ist schon ein gutes Zeug. Die Flasche ist leer. Dann packen wir die mal hier in die Beine. Dann können wir die gleich entsorgen, standesgemäß. Dann wieder auf. Tür auf, bitte. Danke. 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 So, Triebwerke an. Und Kurs auf New Babbage. Da unten müssen wir hin. Kurs liegt an. Perfekt. Okay. Okay. Wow, 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 Kotzbrech wirkt. Ja, bin ich mal gespannt, ne? Was das jetzt an Kohle gibt. Das ganze Ausrüstungsgedöns, was wir dabei haben. So, rüber. Ich finde, der hat echt einen schnellen Cooldown. Also, man kann relativ zügig direkt wieder springen. Gut, Kalibrierung und Spoolungszeit dauert natürlich ein bisschen. Ist halt ein kleiner Quantum 3. Aber, ihr seht es, wir haben noch nichts signifikantes verbraucht. Wasserstoff hingegen, also Hydrogen, haben wir jetzt ungefähr 75 Prozent, etwas weniger. Es kam ja gerade die Anzeige. Ich empfehle euch, die Schiffe auch nicht ganz leer zu fliegen, weil das Tanken ist nicht immer funktional. Könnte es schon mal sein, dass ihr mal zu einer anderen Station fliegen müsst. Und wenn ihr dann natürlich leer seid, ist es ein Problem. Weil wir wollen ja auch das Schiff, wenn es geht, nicht claimen. So, wo müssen wir hin? Wo ist das? Hey, es kommt da hinten, ne? Da müssen wir hin, natürlich. So weit, wie es irgendwie geht, weg vom Austrittspunkt, klar. Damit wir hier schön langsam rumjückeln können. Das ist schon so ein Hügel-Schiff. Gefällt mir New Barrage, gefällt mir wirklich. Lawville ist nicht so meins, auch nach dem Update nicht. Vor allen Dingen, weil wir da gerade so einen Windbuck haben, dass er da kaum von der Stelle kommt. Warum auch immer. Aber irgendwie ist es, weiß ich nicht, und ist absolut unperformant. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran. Horizon ist auch mit, mit die geilste City, mit der hier, meiner Meinung nach. Area 18 finde ich, ist zu viel. Ist zu viel, so ein Stadtplanet ist, 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 ist too much. Und vor allen Dingen mit den ganzen Wolken. Ihr findet nie den Spaceboard, wenn es dunkel ist. Ganz furchtbar. Wenn da nicht zufällig andere Schiffe sind, dann ist es schwierig. So, jetzt bin ich mal gespannt gleich, ob wir hier einen Marker kriegen. Es stehen schon wieder Schiffe davor. Ist schon wieder keine gute, eigentlich keine gute Sache. Wir können sie ja mal antunkeln. Komm. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Dann machen wir es bloß schnell. Nee, wir kriegen keine Antwort, ne? Hm. Und wir haben auch keinen Marker, ne? Schwierig. Doch. Ah. Ahaha. Sehr gut. Da waren wir nicht nah genug dran. Okay. Kann ich mit leben. Das Licht mal aus. Sehr gut. Haben wir ja Glück gehabt. Und abwärts. Perfekt. Können wir tanken? Nein. Oh, das funktioniert. Ihr seht, Quantum Drive müssen wir gar nicht nachtanken. Das ist aber nicht alles. Komm, mach voll die Butze. Was ist los mit dir? Hallo. Das meine ich, ne? Dann funktioniert es nicht und dann steht er hier, wenn ihr leer seid. Ne, macht er nicht voll. Das ist nicht schlimm. Dann tanken wir beim nächsten Login eventuell oder wir fliegen mal hoch zum Spaceport in der Hoffnung, dass es da funktioniert. Ja, sonst müssen wir zur Not tatsächlich mal das Schiff claimen, wenn gar nicht nachtanken möglich ist. Aber das wäre wirklich schade. So, Standort. Haben wir hier irgendwas Wichtiges drin? Oder lassen wir alles im Schiff? Ich würde sagen, wir lassen es im Schiff und verkaufen es aus dem Schiff raus. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Ich würde sagen, ey, was ist los hier? Ist man 30k im Anmarsch oder? Wie sieht es aus? Das steht aber auch nicht im Chat. Gut, dann rennen wir jetzt mal schnell zum, äh, zur, 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 zur Metro und fahren in die Commons. Wir stauen das Schiff noch ein. Und verkaufen mal unsere Fracht, so wie unser Inventar. Und dann haben wir diese Folge richtig Geld verdient. Im Verhältnis zu den anderen Folgen vorher. Gut. Bitte einmal einkarken. Umzug ins Lager. Perfekt. Tüdlü, tüdlü. Guck mal eben. Wir haben hier aktuell 60 Frames. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Natürlich, mehr geht immer, ne? Klar. Aber 60 ist besser als 28, wie wir die sonst immer mal hier hatten. Wir wollen in die Commons. Und da kommt der Zug jetzt gleich. Ja, dann ist das auch schon erledigt. Da bin ich mal gespannt, was wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht gehen wir wirklich mal in eine Höhle, wenn wir da so eine Mission kriegen. Oder machen mal irgendwie was. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Ja, die Synchro mit den Servern ist momentan nicht so besonders geil. Aber es funktioniert, ne? Ja, wir haben ja gerade Pyro Preview am Laufen. Wir haben den ePTU am Laufen. PTU ist am Laufen. Dann merkt man schon, dass die Live-Server natürlich runtergeschraubt werden, weil CRG hat ja nur eine begrenzte Anzahl an Amazon-Servern zur Verfügung. Und dann leidet die Live-Version immer so ein bisschen, was Performance und so weiter angeht. Ich kann es ja irgendwo verstehen, ne? Server sind teuer und alles gut. Da bin ich wirklich gar nicht so sauer drüber. Dann, wenn es nicht geht, dann spielt man halt mal eine Woche nicht. Ist halt so. Wir sind ja Alpha, ne? Das müssen wir immer wissen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Squadron 42 wirklich Feature-Complete ist und das Polishing nur noch ansteht, das kann auch ein bisschen dauern, dann werden die Entwicklungsressourcen jetzt langsam aber sicher Star Citizen zugutekommen. Und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Monaten da schon das eine oder andere von sehen werden. So, hier ist die Performance schlechter. Guck mal rein. Ja, merkt das. Ja, 30, 37. Ja, ja. Man merkt es dann. Je nachdem, wo man ist. Je nachdem, wo man ist, ist die Performance gut oder schlecht. Im Space ist die fantastisch, wunderbar. Auf dem Mond meistens auch. Hier, Städte ist immer so ein Problem. Oder wenn viele Spieler sich an einem Ort versammeln, ist auch so ein Problem. So, wir gehen erstmal die Fracht verkaufen, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wo wir unsere Rüstungen und Waffen und sowas loswerden, also die Multitools und so. So, wir wollen hier aus der Cutter das Quarz verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Gewinn gemacht haben. Wenn dann noch einer weiß, was wir ausgegeben haben, dann sagt mal Bescheid. So, gucken wir uns hier einfach mal ein bisschen unmöglich, sagen. Was ist das? Protection Service. Kommen wir hier rein. Nö. Nö. Was sollen wir hier? Center Mass. Ah, hier kann man Chips aus Rüstung kaufen. Okay. Gut zu wissen. Chubbing Interstellar. Transit. Geht einfach mal hier lang. Nö. Ist wirklich nicht so besonders, die Performance. Was kann man denn hier machen? Hier kann man Mining Equipment verkaufen. Kaufen und verkaufen kann man hier auch. Aus der Cutter. Aha. Die Helm. Ja, guck mal. Dann lasst uns mal ein bisschen was loswerden. Guck mal, die sind null. Die sind null. Predits wert. Ich denke, die werde ich hier in den Planeten, also in den Schatzinventar schmeißen. Und dann stören die uns im Schiff nicht mehr. Aber die sind halt nicht wert. Die würde ich jetzt auch nicht verkaufen. Macht ja keinen Sinn. Novikor-Felm. Wusste ich gar nicht, dass wir den eingesammelt haben. Aber gut. Auch nichts wert. Den behalten wir auch mal im Schiff. Ja, so kommt halt auch Kohle zusammen, ne? So kommt wirklich Kohle zusammen. Wenn ihr den ganzen Kletterdütsch verkauft, den ihr nicht selber tragen wollt. Ist schon eine geile Nummer. Da haben wir so viele Jahre drauf gewartet. Und jetzt werdet ihr das einfach alles los? So, warte, das ist ein der hat 85k der hat 50k komm dann raus damit raus damit und der hat auch 50k das ist der ja größer so, die Multitools soll ich verkaufen und wieder hier rüber falls sie gestackt sind gehen wir die dann besser los wir haben ja Zeug am Mann das heißt wir brauchen ja so viele gar nicht das ist ja Quatsch Machen wir so, komm das geht schon mal klick 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 man klickt nicht einzurecht ihr wirklich sind ja schon 28 kana wird hat nun mal erwähnt haben das ist schon gar nicht schlecht zwei missionen die wir bis jetzt gespielt haben ich denke wir werden uns jetzt bei den nächsten außenposten wir besuchen auch nur noch auf rüstung und multi tools selber beschränken gar nicht mehr hier groß die aufsätze kaufen besorgen wir uns lieber welche wenn wir so brauchen aber wir haben ja eigentlich jetzt alles was wir so brauchen multi tool haben wir traktor strahl haben wir meinen aufsatz haben wir am mann so jetzt gucken wir noch mal in new baby schreien kann man mich auch noch zeug was mich nicht wirklich interessiert hat aber der sieht der kann leider nur anders die klamotten die wir hier haben nicht an das ist nicht schlimm 83 32 k haben wir dabei das ist denke ich meiner meinung nach doch gar nicht so schlecht für zwei missionen ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder mit ein das soll es nämlich gewesen sein für diese folge mein name ist ich bin raus